Dieses Zeichen habt ihr alle schon mal gesehen. Es steht für Radioaktivität. Aber was ist das eigentlich? Um diese Frage zu klären, sind wir zwei sogar bis nach Hamburg gereist. Moin Moin aus Hamburg! Wir sind hier im DAISY im Schülerlabor und wir schauen uns heute eine Nebelkammer an. Heute machen wir nämlich Unsichtbares Sichtblatt. Werfen wir jetzt mal einen genaueren Blick in die Nebelkammer. Da sehen wir zuerst so lange dünne Streifen. Und manchmal kommen auch so kurze, dicke Streifen dahin. Um die kurzen, dicken Streifen zu erklären, tauchen wir mal ab in die Welt der kleinen Atomkerne. Diese bestehen nämlich aus Protonen, das sind positiv geladene Teilchen und Neutronen. Atomkerne sind aber nicht alle stabil. Manche sind instabil und zerfallen immer auf dieselbe Art und Weise. Beim Alpha-Zerfall wird urplötzlich ein Brocken aus dem Kern rausgeschleudert, nämlich ein Heliumkern. Und genau der erzeugt einen dicken Streifen. Mit dieser Tröte pumpen wir jetzt Radon in die Nebelkammer. Radon ist ein radioaktiver Stoff, der einen Doppelzerfall zeigt. Es werden also zwei Heliumbrocken direkt hintereinander aus dem Kern rausgeschossen. Und die erkennen wir hier als zwei dicke Streifen. Genau in der Ecke, da sitzt der Radonkern und zerfällt. Aber woher kommen die langen, dünnen Streifen? Neben dem Zerbröseln passieren auch andere Dinge im Atomkern. Die einzelnen Kernteilchen können sich nämlich verwandeln. Ein Neutron in ein Proton und dabei entsteht ein Elektron. Oder ein Proton wandelt sich in ein Neutron um. Dabei entsteht dann ein Positron, der positiv geladene Zwilling vom Elektron. Elektronen und Positron sind winzige geladene Teilchen, die durch die Nebelkammer flitzen und dabei die langen, dünnen Streifen hinterlassen. Wir haben da mal was vorbereitet. Hier ein radioaktiver Betastrahler, der permanent Positronen und Elektronen abfeuert. Die bei der Kernumwandlung entstandenen Elektronen sind ja geladene Teilchen. Und Magnetfelder können diese Elektronen jetzt ablenken. Mit diesen Monsterspulen erzeugen wir jetzt mal ein starkes Magnetfeld. Sobald das Magnetfeld hochgefahren ist, verwandeln sich die langen, dünnen Striche in Kreise. Einige der Kreise drehen sich links herum und die anderen rechts herum. Das eine sind die Elektronen und das andere die Positronen. Die Nebelkammer macht zwei Arten von Radioaktivität sichtbar. Zum einen den Alpha-Zerfall und zum anderen die Beta-Strahlung. Der Alpha-Zerfall, das sind die kleinen, dicken Streifen, die durch die Heliumbröckchen hervorgerufen werden. Die Beta-Strahlung besteht aus Positronen und Elektronen, die bei Kernumwandlung abgefeuert werden. Und sie zeigt sich hier in langen, dünnen Streifen. Ja, ziemlich verrückte Geschichte da in Hamburg, diese radioaktive Strahlung sichtbar zu machen. Ja, aber wie eine Nebelkammer genau funktioniert und ob man vielleicht sogar selbst eine machen kann, das zeigen wir euch ein andermal. Und bis dahin, geht in die Sonne, macht ein bisschen Sport oder steckt das Gehirn an. Wir haben gerade mal wieder highway nicht zu lealen. K alguien oder so ist dielerika potentially bring in criticism. Das sind die Fahrzeuge, die beim요ları übersetzen, die bei